Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des DAX Checks. Gestern am Montag ging der DAX leicht negativ aus dem Handel. Im Tagesverlauf pendelte der Light Index um die Marke bei 15.900 Punkten, ging knapp über dieser aus dem Handel. Wir sehen es hier eingeblendet, Schlusskurs gestern 15.925 Punkte und inzwischen ist der erste Kurs heute da. Wir gehen mit einem leichten Minus von aktuell 0,35 Prozent neu in den Handel. Damit kann der DAX den Schwung der Wall Street wieder einmal nicht mitnehmen. In den USA haben die wichtigen Indizes gestern erneut neue Rekordstände erreicht. Beim DAX müssen sich die Anleger da aktuell noch etwas gedulden. Der nachhaltige Sprung über die 16.000-Punkte-Marke, die in der vergangenen Woche erstmals überwunden wurde, lässt vorerst noch auf sich warten. Blicken wir noch einmal auf den Chart. Wir sehen es hier, wichtige Marke. Auf der Unterseite ist der Bereich 15.800 Punkte, das Ausbruchsniveau der vergangenen Woche. Und aktuell deutet viel darauf hin, dass diese Marke noch einmal getestet werden könnte, ehe vielleicht dann der nachhaltige Ausbruch über das Rekordhoch knapp oberhalb der 16.000-Punkte-Marke gelingen kann. Was natürlich auch immer noch auffällt, ist, die 200-Tage-Linie, also der langfristige Indikator, ist nach wie vor weit entfernt. Von daher ist auch eine erneute Konsolidierung, wie wir sie bereits von Juni bis August gesehen hatten, noch einmal denkbar im Bereich der 16.000-Punkte-Marke. Und das ist auch das Szenario, auf das wir nach wie vor mit unserem Schein setzen. Der Inline-Optionsschein ist weiter gut im Rennen. Aktueller Kurs sind 6,79 Euro. Das sind inzwischen mehr als 50 Prozent plus zum Empfehlungskurs von 4,33 Euro. Die obere Barriere bei 16.400 Punkten ist nach wie vor mehr als 500 Punkte entfernt. Die Restlaufzeit des Scheins ist lediglich noch einen Monat. Von daher raten wir hier, weiter investiert bleiben, Gewinne laufen lassen und darauf setzen, dass es den Maximalbetrag von 10 Euro als Auszahlung geben wird. Damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir blicken noch einmal auf die DAX-Tafel, sehen aber, hier tut sich aktuell noch wenig, 15.860 Punkte. Ich hoffe, ich darf Sie dann morgen wieder begrüßen. Dann gibt es einen weiteren DAX-Check. Bis dahin. Bis dahin.